Ja Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer lacht, kommt in die Hölle. Zusammen mit der, die es geht. Hallo? Alter, was geht, Mann? Was geht, Mann? Oh yeah. Freunde, ihr seht es am Titel, wer im heutigen Video lacht, wird halt Real Talk halt einfach in die Hölle kommen, deswegen probiert einfach nicht zu lachen. Und ich würde sagen, ist ja eigentlich super simpel, oder? Warte, sind das diese gottlosen Clips? Im heutigen Video wird es richtig gottlos, also wirklich only gottlose Clips. Oh nein. Es geht jetzt zum Beispiel los, ihr seht es im Hintergrund. Es geht, es geht, es geht, es geht. Wie geht es eigentlich, Vio? Super, sie hat nach dir gefragt. Ich liebe sie. Ey, voll viel haben in die Kommentare geschrieben, wer ist Vio? Vio ist Gottverdammt of Adanities, ma. Digga, hör auf mit der Scheiße jetzt, Mann. Ach ja, äh, herzlichen Glückwunschlack für deine Mutter, Christina. Wir starten rein, wir starten rein, let's go. Freunde, lass dir mal einen Daumen. Woran weißt du, dass meine Mom Geburtstag hatte? Tja, du weißt vieles nicht von deiner Mom. Oha. Freunde, lass einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wir starten rein und let's go. But, that's okay. Okay, diese Kapsel, die einen immer angreifen, ne? Bei mir genauso. Wenn ihr kein Englisch könnt, besser ist. Warum bist du immer noch hier? Geh weg. Oha, er rollt die Pizza. Hast du das immer auch gemacht mit diesem Rollen? Ich hab das nie so gemacht. Bro, wer rollt seine Pizza, Junge? Jetzt mal ganz kurz Real Talk in die Kommentare, Freunde, rollt ihr eure Pizza? Niemand. Hier, go away. Weißt du, wie man Pizza richtig isst? Du nimmst so ein Stück und knapst das so in der Mitte so ein bisschen zusammen und kannst es dann so essen. Beste, Digga. Wie isst du deine Pizza? Ähm, mit deiner Mom. Na, knapp. Na, ja. Hold on, my man got on them icy skies of blue. Bro, was ist denn das für Schuss? Das ist ein Typ? Warte, was hat er gesagt? Oh, my man got on them icy skies of blue. Alter, Junge, du kotzt gleich. Was kommt, okay, Brasilica? Wer ist er denn? Was? Wer ist er denn, Digga? Was macht dein Förderer? Hey, Mann. Wer ist das? Was kommt, okay, Brasilica? Bro, ich fliehe dich gar nicht mehr. Der ist aber glücklich, Digga. Der ist so glücklich. What is Blockophobia? Okay. Bro, fuck. Oh, er hat Blockophobia. Oh, mein Gott. Ich glaub's nicht. Oh, mein Gott. Das ist so dumm, Digga. Bro, das ist zu hart. Was ist denn das für ein Krims, Alter? Wer es von euch nicht weiß, Freunde. Eine Blockophobia ist ja das, dass man Angst vor Blöcken hat. Und er drückt als Transition. Und das wird so... Digga, er hat noch nie Minecraft gespielt. What is Blockophobia? Ey, ich muss mal grad wieder runterkommen. Bro, fuck. I just ate this car and I don't have my insurance. Fuck. Oha, freshes car. Ey, ganz kurz. Real talk. Wenn ich dir... Hast du einen Führerschein inzwischen? Ja. Echt? Okay, guck mal. Wenn ich dir das Auto kaufen würde, mit dem Smiley vorne drauf, würdest du es fahren? Ja. Wenn ich dir das Auto... Ich würd's dir schenken. Oha, ehrlich? Ich würd's dir schenken, aber genau diese... Jürgen, wer fährt... Wer fährt diese Scheiß... Als ob ich mit so einem Smiley rumfahre, Alter. Hä, ich will dir grad ein Auto schenken? Mit so einem Smiley drauf. Mit so einem Smiley drauf, Digga. Okay, okay. Gute Freunde wollen dir ein Auto schenken. Du nimmst es nicht an. Nein, ich hab oben. Open that shit, bro. Weiter geht's. What the fuck? Hä? Oh nein. Bro, can you understand what he's doing? Say it? This cat is a nut. Hey! Oha, oha. Spider-Man. Er zieht ihm die Melone auf den Kopf. Thank you. Just a shake. Shake your booty. Irgendwo war nicht lustig. Oh, oh, da ist der Clown drin. Killer-Clown. Ey, Digga, ich check gar nichts. So ein Spiel. Das ist der Clown. Das ist der Clown. Das ist der Clown. Oh, oh. Bro, das ist zu viel. So welche Clown muss ich übermachen, Alter. Geil. Warum hat er das Baby? Das ist so random. Das ist so random, Junge. Okay, Freunde. Der nächste, der Hund kriegt Käse. Der hat so bockt auf. Oha, Alter, war das vorgespült, Mann? Nee. Oh, Junge. Kann mal nicht so lustige Clips kommen. Ja, streng dich mal an jetzt. Was ist das denn? Oha, die Tür zugemacht. Ja. Okay, Bro couldn't resist. Chester, look at me. Hey, okay. Ohohohoh. mistisch. Hä? Okay, wir sehen uns zuerst. Eheh? Oh, Zeit für Bett. Warte. Nur in der Fall, ob es da ist, ob es da ist. Ja, weg jetzt nicht. Ein Krokodil mit einem... Wahrscheinlich. Das ist doch nicht real. Krass. Oh, Thomas. Vorsicht. Das ist der Kicking-Thomas, ne? Oh, Karate-Thomas. Das Ding ist, guck mal, wir machen Jokes über dem, aber ich wette Geld, der nimmt uns mies auseinander, Digga. Der nimmt uns mies auseinander. Ja, dich nimmt auf jeden Fall auseinander. Dich nimmt er auch auseinander. Ja, mich nimmt er auch auseinander. Ja, verdammt, Mann. Dein Vater sagt nein zu McDonald's. Ich auf den Rücksitz, ja. Bro. Ich hab's nicht gecheckt. Was? Ja, guck mal. Also, sie hat halt einen Rollstuhl. Oh, shit. Wut? Ist es... Ist ein neuer Teil Ariel, oder was? Es ist nicht lustig. Hör auf, wir kommen in die Hölle. Du weißt. Okay, gut. It's Tommy with the weather. Today we'll be expecting heavy... Hey, gemacht. Ich lache wegen dem hier. Ich lache nicht wegen dem TikTok. Ich lache nicht wegen dem TikTok. She broke it. He stopped in trying to circle us. No, 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 no. Put the dog in the way. What the dog, dude? Die waren saftig auf jeden Fall, Mann. Scheiße. Einfach eine Lampe von mir geht aus, Digga. Die Clips heute ist wirklich... Also, das hatten wir schon lange nicht mehr. Okay, der Beweis, dass wir alt werden, ja? Bist du bereit? Ja. Okay, erinnert mich schon Harry Potter. Das ist er jetzt. Ja, gut, ne? War gut, oder? War ein guter Rapper. Das warst du im Studio, ja? Ja, das war, Digga, wie er frontet. Guck mal, Freunde, demnächst wird ein neuer Song von uns kommen. Das können wir schon mal predikten. Ähm, wir müssen noch nicht erwähnen, was. Aber was wir erwähnen können, ist, dass mein Part halt deutlich stärker war als deiner. Aber, ähm, alles gut, ne? Hast du das jetzt einfach so geleakt? Ja. Bro, der Song wird einfach getroppt demnächst irgendwann. Einfach so auf. Digga, es wird mal wieder Zeit. Den letzten Song haben wir, keine Ahnung, vor fünf Jahren noch so hochgeladen. Es wird Zeit, wieder. Es wird wirklich wieder Zeit. Ich werde auf Instagram sogar noch eine Story posten, wo man mini, mini mal was hört. Einfach, um noch ein paar Instagram-Abos mitzusnacken, weißt du? Red Circle Remix. Ja, man, Red Circle, Standard-Skill-Diss-Rack und Rot-Weiß Remix. Wir machen weiter. Where's Eden? Oh, man. Er wurde erwischt, Digga. Excuse me, can you take this video of me? Oh, sure. Oh, man. Yo, who the fuck said birds aren't real? Then what the fuck are these, huh? You telling me these aren't real? Kitty. Huh? Digga, Travis, it's the go-go. Hey, Kat, where are you? Oha, die Kamera ist angeflogen Oha Es scheint gutes Wetter draußen, Leute Dinger Oh mein Gott Alter, okay Ey, das ohne Witz ist richtig geil Es gibt ja so Trinkschokolade, die wird dann flüssig in der heißen Milch Meta, also wenn ihr die mal irgendwo seht, Freunde, probiert es aus Glaubt mir, übelgeil, deine Mom hat gefragt Was haben die mit dem Hund gemacht? Lieber Dusch Okay, er will ihn nur streicheln Ja, ho, tschüss Hast du gesehen? Ja, hab ich Hab ich Was ist das? Das ist ein Panda-Bär Da wird es privat, da schalten wir mal lieber zum nächsten Clip Also das ist jetzt, ne? Mal, das ist los Oh Mann Irgendwas weiß er, was die anderen nicht wissen Ah, er ist Arzt Er hört sein Handy ab Ist doch logisch Warte, Vio ruf mich gerade an Ja, hallo? Ja Hallo Schatz Ich bin gerade in der Aufnahme Ich vermisse dich Sag ihr bitte schöne Grüße von mir Wie? Okay, tschüss Was denn? Ja, gut, ciao Sag ihr schöne Grüße Ja, nix Okay, ciao Ich bin gerade in der Aufnahme Ciao Schöne Grüße sozusagen Was für eine Grüße, Mann Sag doch schöne Grüße an deine Mom Nein Ich möchte es nicht Dann muss ich dir wohl persönlich sagen heute Abend Oh, gut, ne? Er hat einen Schluss-Koll getroppt Nicht der andere Was geht ab? Hahaha, Bro Oh, shit Er denkt sich Wallabille, gib mir den Apfel Jerry, was soll das machen? Das ist so wirklich zu Memes, Freunde Einfach voll random Warum? Warum? Wie sieht es aus wie sein Vater? Das kam jetzt aber überraschend, Digga Och, Digga, bitte Er hat alles vergessen Achso Ich hab jetzt erst gecheckt Yo, okay Hey, hey Hey there, brother Do you have time to talk about Jesus Christ today? Oh, you're dead? Oh, okay Well, you have yourself a blessed day Okay, you too Hi, welcome to my room Let me show you around Ich schuhe es dir, ne? Immer wenn man früher mit seinen Nachbarn spielen sollte Das waren immer irgendwelche weirdos Bro, real talk Oh, wow Ja, Roblox kind of sucks Das waren die falschen Balls Ja, okay Aber real talk Das sieht zum Beispiel voll nur so aus Der ist viel weiter hinten Also, wir springen einfach ins Wasser Bro Okay Ey, super Sound, den ich auch höre Ja, da ist kein Sound Junge, der Typ nimmt das aus seinem Fenster auf Aber warum ist der eine verkleidet als Sack Und der andere als Rasierer Also, gut Oh, man Na ja Oh, Banane Oh, du There's no way this fat-ass monkey be climbing trees Du als monkey Digga Bro, das bist du original Ja Okay Okay, der Stuhl ist in Kraft Er kickt neun Oh, er setzt dich auf den zweiten Drauf und der geht aber auch kaputt Zeig mal da mal bitte, Alter Nummer eins Okay, nächster Oh, nächster Don't ask where I'm at, you know I'm somewhere where you can't be You know what I mean Let's go What's up Oh Okay Und für jede Rose bekommt er einen Fort-Sound Und man stört quasi das, was er arbeitet Oh, man, we got the Thomas Jefferson 76ers We got that Tommy Sixers Was ist das? Das sind so original so Schuhe, die meine Mom anhaben könnte, oder? Oh, ja, man, deine Mom Oh, Junge, eins maul jetzt Sorry, man Ich kann nicht mehr an sie denken No way Wer macht das, Mann? Making a new Indiana Jones Movie Dude, he's like 90 You can't even run Yo, what'd you say? Oh, God Hä? 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 Er sagt, man Der Indiana Jones Movie ist so alt Er ist schon 90 Der kann sich doch nicht mal mehr bewegen Was hast du gesagt? Hey, they're making a new Indiana Jones Movie Dude, he's like 90 You can't even run Yo, what'd you say? Oh, God Er tat diese Musik Mango auf ne Gabel Yo, die Leine ist größer als derselbe Alter Oh, das war ein kelleres Kind Bist du auch da? Ja Ja Ich hatte grad'n Diskonext Ja, mein Internet war auch grad'n Worauf zweck Ich hab'n nichts gesehen Hörst du das? Hörst du eigentlich das Feuer grad schon? Ja Hörst du das Feuer schon? Mein Windows geht gleich, glaub' ich, aus Ja, ne, das ist das Höllenfeuer, glaub' ich Achso Na gut, wir machen mal weiter Real Talk, Digga Warum, Digga, warum? Oh nein Yo, yo, what the fuck? The reindeer bomb Oh mein Gott Okay, komm Okay Noch ein paar Clips Ja! 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 Let's go, Digga! Oh nein! Wer hat mir das geaertroppt? Abgeschlossen! Was? Bro, der Hund kann einfach den Zaun, wenn du ein Auto abschließt! Was geht jetzt ab? Oh! Oh! Excuse me! Excuse me! Was geht jetzt ab? Bro, wer kippt sich? Selber schuld, wenn man das nicht selber schuldt! Okay, go! Letzter, letzter Clip! Lieber, okay! Einer noch! Oh, too bad! Oh! Das ist so gottlos alles, Digga! Freunde, an der Stelle machen wir jetzt einen Cut! Ich glaube, Bro, wir kommen sowieso schon in die Hölle! Wirklich! Und mein Humor ist sowieso... Ich muss mich dafür bei jedem entschuldigen! Mein Humor ist krank! Ich bin krank! Ich habe eine Krankheit! Es tut mir auch wirklich leid! Aber, ähm... Ich glaube, ich muss mich jetzt irgendwie so reinwaschen oder so! Ja, irgendwie sowas muss ich auch machen, Digga! Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video! Wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer Daumen nach oben da! Abonniert den Kanal! Schaut ganz wichtig bei den originalen Videos vorbei! Und auch bei Danergy! Oh! Oh, dann lasst es halt auch einfach so! Freunde, wir sehen uns nochmal im nächsten Video! Haut rein und macht's gut, Leute! Ciao! Yo Willi an den da unten bei der Ja, ihr wisst! Bis zum nächsten Mal.